Norddeutscher Rundfunk 2021 Wo sind wir? Auf den Dornen! Open air! Und das ist dein! Ja. Wir können uns nicht wehren. Seid gesprungen. Wir überlegen, ob wir Trikot-Tausch machen. Johanna würde sein Backenstatt bestimmt gut stehen. Aber ich glaube, seins wäre ein bisschen... Das ist voll loftig, das ist ziemlich geil. Jetzt sieht er aus wie so ein Hardcore-Typ. Der jetzt... Ja, der tanzt auch schon so eh, ne? Ne, okay, jetzt nicht mehr. Wenn du mal, äh... Komm mit, das kann noch... Was genau? Dann würde ich schnappen. Wie ist das? Ananas und Melone! Die schon weg ist! Das machst du so! Fick das weg! Fick das weg! Fick das weg! Fick das weg! Weißt du, jetzt sieht das natürlich wieder so aus, als ob Vogelfrei hier wieder Randale gemacht haben. Ja. Das stimmt! Also bei mir sieht's aus wie immer, bei ihm sieht's ein bisschen nuttig aus, finde ich. Oder? Aber, aber, er kann's tragen! Ja, das erste Nummer. Wem hast du meine Zigarette gegeben? Oh! Wir essen gleich den legendären Long Burger. Ja! Ja! Nee, das zweite Mal nachdrehen! Alte Weste! Alte Weste! Alte Weste! Die mit der Börse bin ich schon cool! Ja? Ja! Die mit der Börse bin ich schon cool! Ja! Die mit der Börse bin ich schon cool! Ja! Die mit der Börse bin ich schon cool! Ja! Die mit der Börse bin ich schon cool! 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 Gericht! 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 Der Schweiß ist gefreundet, die sind sehr kalter laut. Aber es ist mein Schweiß, insofern ist das nicht eklig. Doch. Gabinag ist das. Gericht! Los geht's, los geht's! Also Leute, lassen mal das Dornen vorgefallen, verabschieden sich. Es war ein schöner Saunabesuch, sehr entspannt. Abonniert unseren YouTube-Channel für mehr lustige Konzertvideos und andere Faxen. Niemand macht Faxen. Wir sind dann mal unterwegs nach Hamburg. Tschüss! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!